Traurige Beichte bei der letzten Folge von Promi Big Brother. Die sonst so gut gelaunte Katja Krasawitze hat nun ein Geheimnis offenbart, das sie sehr belastet. Vor einem Jahr war die YouTuberin schwanger. Von wem wusste sie nicht. Da ihre eigene Kindheit alles andere als schön war, wollte sie das Baby nicht behalten und machte eine Abtreibung. Heute bereut Katja diesen Schritt sehr. Ich habe dem Kind keine Chance gegeben, ich fühle mich so leer. Die Schuldgefühle kamen wohl vor allem wieder hoch, weil Ex-Mitbewohnerin Sophia Wegers im Promi Big Brother Haus ihre Schwangerschaft verkündete. Gewusst? Aus diesem traurigen Grund hat Katja Krasawitze ihre zwei Brüder verloren. Die Story findest du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonnier unseren YouTube-Kanal Starzip.de